Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Solltet ihr bei eurer Wohnmobilreise mal ein Problem haben, wendet ihr euch am besten an den Vermieter. Jeder Vermieter hat vor Ort ein Team, was euch mit Rat und Tat zur Seite steht. Die Notfalltelefonnummer findet ihr in eurem Mietvertrag oder immer griffbereit am Fahrzeugschlüssel. Kleinere Reparaturen bis 50 Dollar könnt ihr vor Ort einfach ausführen lassen. Alles was darüber hinaus kostet, müsst ihr vorab mit dem Vermieter abstimmen. Und solltet ihr doch mal einen Unfall haben, denkt daran, ihr müsst die Polizei und den Vermieter informieren. Technische Informationen zu eurem Wohnmobil findet ihr auch immer im Handbuch, welches in jedem Fahrzeug bereit liegt. Wenn euch die Informationen gefallen haben, freuen wir uns, wenn ihr den Kanusa YouTube-Kanal abonniert. Wir freuen uns, euch wiederzusehen. Tschüss! 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 Tschüss!